Hey, ho, Gimmi-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde am Metal. Also, los geht's! Das wird jetzt lustig. U-Boot fahren. Ich habe das noch böse in Erinnerung. Das war sehr böse. Es könnte jetzt ein paar Tode geben, sag ich so, wie es ist. Uh. Uh. Uhuhuhuhu. Das wird aber ganz schön knapp. Die Steuerung ist sehr, 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 sehr gewinnungsbedürftig. Shit happens. Es wäre eigentlich gut, wenn man keinen Schaden erleidet. Huh. Huh. Ganz vorsichtig. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Ne, das ist. Okay, das haben wir. Boah. Hilfe. Ein bisschen zu nah war das jetzt. Boah. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Oh. Hm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Oh! Brr! Tchut, 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 tchut. Auieiei. Boah, das war schlecht. Und das war auch schlecht. Oh, Gott sei Dank. Scheiße. Komm schon, Baby. Scheiße. Nochmal. Okay, das machen wir gleich nochmal. Und dann ist es wieder. Okay. Oh, das ist eine tolle Bühne. Ja, oh Gott. Müssen wir hier irgendwo rein? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Shit happens. Toll. Toll. Na toll. Okay. Okay. Das ist eine tolle Bühne. All Ihm. Ich habe mich hier gemacht, in einem Bühne. Ich bin in einem Bühne. Haben wir keine Pistole? Da-da-da-da-da-da-da Köln, was hat dir passiert? Bist du okay? Ich bin gut, Herr Fox, danke für dich. Aber mein Rang ist General, nicht Colonel. Warte, du bist General X? So, Mr. Fox, have you heard? You've become quite the celebrity. I've been dying to meet you since your debut. So I took this hack job of a radio to call you before your inevitable capture. Where's the Colonel? Don't worry about him. He's in good hands. Say hello, Colonel. Fox, run away! Don't listen to this bastard! Get your hands off me, you fucking moron! Colonel! Seniors say such silly things. I join him in wishing you a happy escape. But you know too much. Sooner or later, you will make a mistake. One, that'll prove fatal. We'll see about that, General. Was aber das denn? graveyard electronically, here. Huh? Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. If youете that, let's do it again. Hat nis simple. It's which he brings me to it. est to it. Can't release it. Oh no. We'll see that. Oh no. Ich habe so das Gefühl, dass es eventuell ein Boot ist oder sowas. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Das ist natürlich übel. Ja, danke fürs Gespräch. Das wird dem Boot schon mal richtig scheiße, danke, dass ich das jetzt weiß. Gut zu wissen. 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 Kann man nicht die Container öffnen oder sowas? Schön wär's ja Was jetzt? Das ist ja richtig blöd, wie die sich aufteilen Kann man, kann man, kann man, kann man mal Anders geht's nicht Zehn Millionen Dollar, haha, nehm' mich gerne mit Die nehm' mich gerne mit So Ich will sie kaufen Ha ha ha! Diese Schönheit kostet 50 Millionen Dollar Ich glaube, du kannst es Nur 50 Millionen? Ich bin ein paar Dollar short Hold on, ich gehe zum ATM Dieser Weg war mir ein viel Geld Also habe ich in den Containern Warum in den Containern? Das ist wie die Leute meistens smuggeln Geld Okay Also muss ja irgendwo hier was sein Wie viel haben wir? 20 Millionen Wie viel haben wir? 20 Millionen So Warten wir erstmal Das muss ich erstmal heilen So besser Ich bin einiger Wie viel haben wir? Ja Ich bin einiger Wie viel haben wir Wollt ihr? Ja Ich bin einiger Wollt ihr? Das ist ja Wollt ihr? Wollt ihr nicht? Hm, nix. 30. Noch zweimal? Nothing interesting. Nothing interesting. Oder hab ich schon 50? Ah, hab schon 50, gut. Oh, 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 das war ganz schön knapp. Das hätten wir. Das hätten wir auch geschafft. Jetzt aber. Oh, 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 oh. 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 Lass mich raten. Nothing interesting. Ja, das hab ich mir beinahe gedacht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Ich weiß nicht, wofür wir die Kohle brauchen, aber wir es ja nie. Ich weiß nicht. Hm, das ist ganz schön blöder. Okay, dann halt nicht. Jetzt werden Sie mir sagen, dass du sie gegen den Weg hast, stattdessen zu fliegen. Natürlich. Ich würde sie alleine haben, wenn sie nicht ihre Missiles launchen. Und niemand wird die Missiles launchen bei mir, ohne die Möglichkeit. Eeeh, Zuppa! Das tat weh Das tat weh und wie das weh tut Machen wir den granatenwerfer sofort und Machen wir noch den So oder leh Na scheiße So So oder leh Jetzt machen wir mal diesen Hehe So 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 Da haben wir sowieso nichts. Tja. Hallo? Ja. Ähm, muss ich hier hoch konzentrieren. Das ist doch nicht normal. Hm. So, das hat man. Ich muss auch mehr rollen, ich glaube das ist vielleicht wichtig. So. 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 Das ist doch scheiße, wie kann ich denn da ausweichen, Mann? Das ist nicht so, wie kann ich denn da ausweichen? Wie bin ich denn vorhin so gerast? Das ist nicht so, wie kann ich denn da ausweichen? Das ist nicht so, wie kann ich denn da ausweichen? Das bringt nichts. Das müssen wir ein bisschen anders regeln. Das ist blöd, dass ich nicht mehr Granaten aufnehmen kann. Junge, Junge. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh. 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 Come on. So. Und jetzt machen wir den. Weh, das klappt nicht. Das Problem ist, die Kisten stehen im Wege. Das verstehe ich nicht ganz. Ich bin doch aus dem Weg. Vielleicht muss ich wirklich mehr rollen. Ja, toll. Mann! Ah, kotzen. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm. Ich, äh. Oh, geil. Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll.